Herzlich willkommen zur Einführung in den Laborversuch Kerbschlagbiegeversuch. Teil 2 Praktische Versuchsdurchführung Für die praktische Versuchsdurchführung wird die genaumte Probe auf zwei Auflager gelegt. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Kerbe auf der abgewandten Seite des Pendelhammers liegt. Der Pendelhammer wird nun um eine gewisse Höhe H ausgelenkt und dann losgelassen. Er trifft mit einer bestimmten Geschwindigkeit und Energie auf die ungekerbte Seite der Probe. Dabei wird die Materialprobe stark plastisch verformt oder sogar gebrochen, wobei sie ein Teil der kinetischen Energie des Pendelhammers verbraucht. Die potenzielle Energie wird also erst in Beschleunigungsenergie und dann in Verformungsenergie umgewandelt. Entsprechend der Energie, die das Zerschlagen der Probe verbraucht, schwingt der Pendelhammer auf der anderen Seite weniger hoch. Als Maß für die verbrauchte Verformungsenergie, das heißt die Kerbschlagarbeit, ist die Höhendifferenz zwischen der Ausgangslage des Pendelhammers und seiner Einposition. Ermittelt wird die Kerbschlagarbeit K in Joule, für einen bestimmten Werkstoff bei einer bestimmten Temperatur. Dabei ist K die Kerbschlagarbeit in Joule, M die Masse des Pendelhammers in Kilogramm, G die Fallbeschleunigung und H0-H1 die Differenz zwischen der Fallhöhe und der Steighöhe des Pendelhammers. Zum Erhalt der Kerbschlagzähigkeit wird die ermittelte Kerbschlagarbeit durch den Nennquerschnitt im Kerbgrund dividiert und diese als Arbeit pro Fläche angegeben. Metallische Werkstoffe wie Baustähle mit kubisch Raumzentrierten sowie Werkstoffe mit hexagonalem Gitter, die unterhalb der Übergangstemperatur geprüft werden, zeigen ein ausgeprägtes Spritbruchverhalten. Bei solchen Materialien kommt es in der Regel zum Trennbruch, bei dem die Probe glatt durchbricht und die Bruchfläche eine feinkristalline Bruchfläche zeigt. Zähe bzw. duktile Werkstoffe verformen sich zunächst, bevor sie brechen. Solche Verformungsbrüche erkennt man an den deformierten Kanten, den sogenannten Scherlippen. Die Mehrzahl der Werkstoffe zeigen neben feinkristallinen Spritbruchbereichen auch Verformungen. Man bezeichnet diese Form dann als Mischbruch oder Spritduktilbruch. Hier werden die Randbereiche der Proben plastisch verformt, bis der Restquerschnitt zu klein wird und Sprit bricht. Da der Werkstoff bei diesem Versuch zerstört wird, spricht man auch von einem zerstörenden Prüfverfahren. Die Bruchflächen dienen als Referenzen für fraktografische Untersuchungen und der Ermittlung von Versagensursachen. Zusammenfassung Mit dem Kerbschlagbiegeversuch können Zähigkeitseigenschaften bei schlagartiger Beanspruchung von Werkstoffen bestimmt werden. Ermittelt werden die Kerbschlagarbeit in Joule sowie die Kerbschlagzähigkeit in Joule pro Fläche bei verschiedenen Temperaturen. Als Proben dienen längliche Quader, die einseitig, meist mit einer V, seltener mit einer U-Kerbe, gekerbt sind. Diese ISO-V oder ISO-U-Proben werden im temperierten Zustand, gekühlt oder erwärmt, bei hoher Verformungsgeschwindigkeit bzw. Schlagbeanspruchung im Pendelschlagwerk gebrochen. Die verbrauchte Verformungsenergie wird als Kerbschlagarbeit K in Joule für einen bestimmten Werkstoff bei einer bestimmten Temperatur angegeben. Dabei ist K die Kerbschlagarbeit in Joule, M die Masse des Pendelhammers in Kilogramm, G die Fallbeschleunigung und H0-H1 die Differenz zwischen der Fallhöhe und der Steighöhe des Pendelhammers. Zum Erhalt der Kerbschlagzähigkeit wird die ermittelte Kerbschlagarbeit durch den Nennquerschnitt im Kerbgrund dividiert und diese als Arbeit pro Fläche angegeben. Das Bruchverhalten beim erzeugten Gewaltbruch bzw. Spaltbruch gibt Aufschluss über die Duktilität bzw. die Zähigkeit des Werkstoffes. Typische Bruchformen sind Verformungsarmer Sprötbruch oder Trennbruch, der Verformungsbruch bzw. Duktilebruch und der Mischbruch bzw. Sprötduktilbruch. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch! Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch!